Fächer bedrucken – den richtigen Handfächer auswählen Beim Fächer bedrucken sollten Sie das richtige Material, die Größe und die Form berücksichtigen. Unsere Werbehandfächer bieten diese Hauptmaterialoptionen. Bambus-Papierfächer Bambusreppen bieten einen leichten, aber stabilen Klapprahmen mit 21 cm im geschlossenen Zustand. Erhältlich in einseitigen oder zarten beidseitigen Stilen. Bambus-Stoffächer Weiche, langlebige Klappfächer aus Stoff mit Bambusreppen 21 cm geschlossen. Praktisch kompakte Form Holzgewebefächer Fächer mit Holzreppen haben einen europäischen Stil mit natürlicher Maserungsschönheit 23 cm geschlossen. Falten Sie sich in eine ordentliche Form. Kunststoffgewebefächer Diese Stofffächer mit farbenfrohen Kunststoffreppen sind ideal für Festivals und Werbegeschenke 23 cm geschlossen. Der Klappfächer breitet sich nach außen aus. Diese eignen sich hervorragend als personalisierte Firmengeschenke und Werbegeschenke für Veranstaltungen, Hotels, Restaurants und mehr. Wir bieten Kunstwerkleitlinien an, um sicherzustellen, dass Ihre Designs genau auf das Fächerbedruckenpanel übertragen werden. Mit vielen Optionen können wir helfen, den richtigen Werbehandfächer auszuwählen und zu personalisieren. Unsere Handwerker fertigen jeden mit traditionellen Techniken von Hand an. Klappfächer 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 Klappfächer